Als Holy Avatar aus dem Mondtor entschlüpfte Und in die Gefährliche Doch ohne Belohnung war selbst der härteste Kampf öde So dass ich Und genau diese jungen Frauen wollen, dass der Avatar endlich Ach komm schon Der Avatar wird sich jetzt ganz doll auf sein schickes Ja Liebreizend Ja Schaut seine halbgöttliche Wege Und Macht euch Oh natürlich Das Haut So Wie ich euch Kein Nein Eine Waffe sucht sich der atemberaubende Avatar dennoch Hattest du das Massageöl eingepackt, Brandy? Ja, hab ich dabei Was ist mit der Sonnenmilch? Avatar? Könntet ihr die Sonnenmilch einstecken? Sie befindet sich da bei den Sachen Das wird der lahmste Sommer des Avatars Im letzten Jahr waren es feuerspeinende Drachen Und jetzt Sonnenmilch mit EV-Resistens Sollte genügen Rennt nicht so weit weg Avatar Rennt nicht so weit weg Avatar Das werden dann wohl meine aufregendsten Quests Auf dieser Insel sein Sprech besser mit Wendy Sie wird das sagen Horcht Habt ihr das naive Gequieker auch vernommen? Es klang fast so Als wäre Candy in Gefahr Vielleicht hat Candy auch nur zugenommen Erst gestern hatte sie deshalb so geschrieben Aber es könnte auch etwas Gefährliches passiert sein Ja, ja, ihr sollt euch doch entspannen Avatar Das ist euer Urlaub Gott, oh nein! Was ist hier nur los? Sie auf den Das Dann treiben Unter Wirklich schade um sie Was? Ihr Seine Halbgött Endlich ist der Avatar Die Jungfrauen mal für einen Moment los Sieht nach gefährlichen Gegnern aus Genau das, was der Avatar jetzt braucht Nun denn Wo lassen sich die ersten Jungfrauen retten? Die Jungfrauen Die Jungfrauen Es will eindeutig zu viel knuddeln. Sterbt putziges Etwas. Vielleicht waren die Erwartungen des Avatars doch unterschiedlich ein Level ab. Lächerlich. Noch mehr von diesen Biestern. Ein elitischer. Beeindruckend. Jetzt braucht das Schnucki nicht einen Schlag um zu sterben, sondern zwei. Ja! Ja! Oh mein Gott, der Abattracht! Bis zum nächsten Mal.